Und mit dem Tower. Der Tower ist ja gar nicht so verkehrt. Der Tower ist ja gar nicht so verkehrt. Oh, wir haben Level 18 und Level 19. Okay. Gegner sind 47, 77, 80, 56, 91. Ist ja krass. Jetzt haben wir hier die ganzen Neueinsteiger. Wir müssten jetzt eigentlich hier wie die Pros hier stehen. Sag es mal nicht zu laut. Wenn das jetzt 3-0 verlieren, das wäre echt übel. Am besten 3-0 verlieren und die beiden hier haben die meisten Kills. Und wenn die gucken, die ja dann denken sie schon, sie haben den Sieg hier sicher mit 3 Pros wie uns. Wenn die wüssten, dass wir nur geil sind, weil wir so viel spielen. Ja. Wenn die wüssten, dass der Level einfach überhaupt nichts aussagt. Ich sage mal, ich treffe ich mal die Bewohner. Ich habe nur ein Magazin gekostet. Ich mache einfach mal die Luke bis zum Fahrstuhl nicht. Dann müssten sie nämlich eine andere nehmen. 5 Sekunden zur Untersuchung. Op 4 hat eine Bombe. Be ready for hostile Aktion. Nordseite kommen sie. Jekyll ist weg. Ist da unten einer, Gunnar? Hier sind welche reingeschwungen im Norden, aber... Oh, hier bei mir ist einer im Mittelgang. Ich versuche gerade ein bisschen zu umlaufen hier. Was? so möglich alter ich hab dem ich habe es wieder drei vier kugeln irgendwie in oberkörper und kopf gehauen aber back ist ja auch noch hier oben ich weiß nicht was letzten ist das war der weg ja 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 Der liegt sich mitten in der Sichtfeld vom Fenster. Der liegt sich mitten in der Sichtfeld. 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 Tschüss, Cabella Ich droh'n mal eben Na gut, hier ist alles geströmt Geströmt ist hier Geht, hier ist alles geströmt Ja, Leute, ich weiß nicht, was hier weiter hat. Geh mal mit Gunnar mit. Ja, ich lauf hier grad ein bisschen außen. Hallo. Hallo? Da hinten rechts ist einer drin. Der ist hier bei Blitz. Sehr gut. Mission successful. Oh, man sieht jetzt sogar bei, wenn man auf Tab drückt, sieht man jetzt sogar, wäre der König ist. Und wenn der in meinem Namen rechts ist eine Krone. Ist ja schon immer. Ja, ich wüsste es auch nicht, dass es nicht schon immer war. Die habe ich dann dementsprechend noch nie gesehen. Noch nie wahrgenommen. Also der Fuse, der war wahrscheinlich schon neu. Das war dieser Werken oder was. Weil der wollte nämlich durch eine verstärkte Wand fusen. Das wäre ein krasser. Ja gut, das ist Level 18. Ja, das ist schon in Ordnung. Ja, aber manchmal kann es ja auch sein, dass das neue Accounts sind. Was eigentlich so dumm ist, warum? Aber ja. Wenn man gebannt wurde und man wird uns weiterschmieren. Ja gut, das ist alles einzig zum Beispiel. Ja gut, das ist alles einzig zum Beispiel. Ich gehe nach oben, mach lupenlicht. Aber wir können schon nicht mehr 3-0 verlieren, das ist schon mal gut. Ja, das freut sich. 10 Sekunden, 2 insertion. Ach so, die Luken wollten wir eigentlich essen lassen, ne? Dann können wir zurückkommen, wenn wir um die Hand greifen. Ja stimmt, 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 stimmt. Dann habe ich sicher gedacht, weil so ein Corona ist beide zugemacht. Ja ja. Dabei ist die Luke eigentlich auch ideal selbst anzugreifen. und dann fassen wir da rein müssen. Oh, ich habe hier was gehört. Hast du das? Nee. Das ist heute, höre ich aber auch was. Sledge ist unten. Oh, Banner macht hier die Droningekte auf die Ausnahme drauf. Ich schwieg mich mal runter. tschüss lion ist bei dir was guter mag irgendwelche infos noch die bahn ist ja am flur hast du gekillt ja war aber du käme ich die bahn ist da auch noch nice dazu beigetragen brust brust kopf so sein die rechte tüte gesicht ist zweimal die linke aber so hart nice work aber zusammen bleiben das war ja ich soweit ganz okay dafür dass so news sind ja weiter als teamspielung passiert 7,5 ach so drei koffe nein jetzt sind nicht gleich blab ich auf einer seite hätte ich getroffen keine ahnung du kannst zwei anderen spielern zurück das sind dann wir wohl die zwei sind mag und ich ja aber die ich dachte vielleicht sind noch im team mal gucken was passiert